ja es geht wieder los es geht wieder los das haben wir schon lange nicht mehr gesehen unglaublich eigentlich hat das reinigen von der gamechip doch funktioniert hatte ich am anfang nicht das gefühl aber jetzt hat es langsam wieder aufgehört vielleicht liegt es an dem stecker wieder habe ich nämlich auch sauber gemacht aber es geht wieder los es geht wieder los es geht wieder los mit dem flackern das ist einfach nur ätzend das sehe ich aber selbst hey 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 das ist kein ort für ein kind wie dich nein nein hier darfst du nicht rein trolle ich das finde ich aber nicht schnitt hey drei krall dein einsatz wo bleibt ihr ich will da rein das ist kein ort für ein kind für dich ja das wirst du schon mal was warte mal diese seltsame maschine an deinem arm du siehst aus wie dieser junge den sie im fernsehen zeigen oder doch nicht sag mal warst du schon im fernsehen ja was du bist der kleine der sich mit team crypto angelegt hat wow das ist die gelegenheit ich mache die platte verdienen mir damit den posten als vorstand halb stehen bleiben ja endlich kommt da mal besser spät als nie der junge ist was besonderes gegen den habt ihr keine chance wenn ihr wisst was gut für euch ist dann lasst ihn durch was dass ich nicht laut küchere was hey kleiner das übernehmen wir jetzt ein aufstand zu proben würde nur den rest der band alarmieren hey brutus was soll denn das die leute von team krall was habt ihr vor du flore verteile deinen schlaf bruder sehr gut brutus hehehe immer gern zu diensten das ist deine chance weil ich wir können team krypto jetzt endlich hoch nehmen ja super ja die schlafen hoffentlich lang genug auch wenn schon so weit rein dann auch richtig hätte ich jetzt wenigstens die tür öffnen können aber nein dazu lassen sie ja nirgendwo schon was du weißt nicht was das für ein ort ist dies mein freund ist die fabrik in der krypto pokémon produziert werden ziemlich beeindruckend nicht wahr da ist eine kiste in der kiste dreimal übertragen ja wir sind bald fertig mit diesem krypto pokémon produktionslauf das ist das letzte pokémon das wir aus der libra haben mann bin ich ko das band befördert irgendwelche kisten links rechts geradeaus du kommst hier nicht mehr raus und du bist im labyrinth was für ein ungezogener bengel es ist unhöflich ungebeten einzutreten das muss beschraft werden fragt deine mutter würde ich ja gerne aber die arbeit glaube ich hoffe keine ahnung was sie im labor macht auf jeden fall will ich sie jetzt da nicht stören wegen so einer kleinigkeit ist schließlich ein hoch angesehene wissenschaftlerin ah ja gut spezialverteidigung sinkt stark wow superwindstoß wow da habe ich schon winde gesehen die schlimmer waren normaler luftzug ja ich denke semobs wird jetzt so lange noch vor bleiben vorne bleiben bis es sich entwickelt hat auf level 32 und dann trainieren wir mal ein anderes muss ich mir nur überlegen was muss ich mir nur überlegen was da hat du zartu gut spielt ja immer eine große Rolle in den Pokémon folgen Pokémon oder Pokémon spielen auch wenn man da zum Beispiel an Mystery Dungeon Team blau oder rot denkt ja ja aber in einer Folge hat das sogar eine Ampel gespielt die Natus die Natus waren rot und gelb und das xatu war grün also Startzeichen das Pokémon Rennen hieß die Folge glaube ich naja ist ja egal ähm ähm Käfergift hudox wieso ist Eis nicht sehr effektiv dagegen bestimmt wegen Gift Eis gegen Gift Eis gegen Gift ist nicht wirkungsvoll eigentlich logisch man muss das alles chemikalisch sehen oder was physikalisch aber keine Ahnung diese drei Naturwissenschaftsfächer Physik Chemie und Biologie haben mich noch nie wirklich interessiert oh ne das nervige Vollwert das hat uns ist im Kolosseum ganz schön fertig gemacht Käfer gegen Psyche und Umlicht ist nicht gerade gut ja da ist sie oh ja das ist ne richtig starke Attacke die ist echt heftig naja die EP wird Warti sicher freuen ah aber wieso haben wir hier kein Krypto Pokémon das ist blöd vielleicht ist das ja wieder der richtige falsche Weg wie ich immer sage warte hat sich verliebt ah starke Liebe das ist sehr effektiv nein es lebt noch nein ist und komm warte los komm warte lot schon wieder starke Liebe ach komm warte los ja jetzt schon wieder starke Liebe Ähm, den anderen greift man ab. Wenn auch nicht zu fest, aber... Hm. Wenigstens so etwas. Uäh, ich habe versagt. Ja, jetzt kannst du zu deiner Mama rennen.